herzlichen willkommen zurück zu einem Let's Play in Minecraft wir waren zuletzt hier in dem Wald gestiegen geblieben, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, oh ja, ich hab jetzt und ich könnte mal rausholen, scheiße ich bin zu blöd zu ja, muss noch mal gerade die Einstellung etwas ändern, mach ich jetzt aber nicht im Let's Play mit meiner Rise as Minimap das ist so eine Sache und das war das ja so gehen wir schnell mal schlafen, bevor die ganzen Fiescher kommen ja, ihr seht, ich spiele heute ohne Textur-Pack, Texturen-Packet oder Texturen-Pack, wie man es nennen will ist euch überlassen zur Zeit verwende ich gerade bei diesem Let's Play weil ich heute mal keine Lust drauf hatte, auf das MK auf das Geruch kriegen ja, wir bauen wir müssen erst mal ein paar Räume fällen, oh cool, ist ja schon wieder gewachsen, hm nein, jetzt bin ich ins Wasser gefallen ich wollte jetzt sagen, nein, ich hab das Teil nicht bekommen, aber ich hab das bekommen und bin da aber dann aber trotzdem ins Wasser gefallen nicht, dass ich jetzt denkt, dass es voll verzögert, die Aufnahme und die Audio auch noch auch noch das ist ein Zeitentscheid zwischen es jup, jup, jup jup, jup, oh, wir sollten mal ein bisschen was aufräumen also, im Mittag aber ich dachte, ich werde das jetzt nicht einsammeln hm 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 nur den baum kippe und kippe und kippe und kippe und kippe hätte trotzdem funktioniert ah, 42, das müsste erstmal reichen jui hm ja, noch einen baum fällig so, und dann laufen wir mal schnell zurück zu unserem Haus und bauen an unseren Kistenlager weiter ich würde sagen, hier könnten wir dann eigentlich die anderen Häuser hinbauen als wie da vorne in dem müssen wir dann noch ausgraben könnten wir doch auch gleich mal so eine provisorische Kiste da anlegen mit einer Workbench ach, haben wir doch noch einen vollidiot vollidiot ach, mit einem Weg stellen genau so gehört sich das dann schmeiß ich die Letzlinge mal schnell weg dann das, 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 das einfach mal rausziehen alles scheiße scheiße so 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 nochmal vier dann würde ich erstmal sagen, brauchen wir auch noch ein paar äh, wofür habe ich hier zu viel Sandstein hier die da auch schon kann ich auch schon anziehen bisschen weniger, mehr Platz haben wir dann die kann ich schnell stacken, indem ich das Wasser hier ins Meer kippe und dann können wir die auch schon stacken dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz und dann craften jetzt nochmal schnell ein paar von denen ja, wofür denn ne, wofür denn brauchen wir doch gar nicht oh gut, hab ich hier schon drin so, oh so ist richtig gut nein falsch fail ach, schade, schade, schade jetzt ist das falsch aber das ist ja nicht so schlimm so nein so so dann präunchen wir jetzt hier die Treppen hier diese Treppen holen wir die jetzt hier hin so so Eigentlich brauchen wir immer noch diese halben Dings, Bungs, Platten. Hä, warum ist das jetzt unterschiedlich hoch? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ah, so. So. Jetzt ist es gleich hoch. Ich frage mich, ob das auch noch von der anderen Seite reicht. Oh, jetzt kommt das mal dort. Das ist eine blöde Sache hier, ey. Nein. Oh, okay. So, dann tipp und tipp und tipp. Ah, ja, mal klar. Das können wir auch gleich mal wieder zum 64-Stick machen. Stack machen. Ja, und die Reihe habe ich. Das ist doch schon mal gut. Das könnte knapp werden. Mit den Hortreppen. Schau, was wir machen. Ich hoffe es mal, dass es reicht. Nein. Nein. So. So. Nein. Scheiße. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir da runterkommen, ohne dabei fast drauf zu gehen. Von der Testaufnahme hat es gar nicht geruckelt. Also, keine Ahnung, warum es jetzt ruckelt. Könnte auch daran liegen, dass ich jetzt eine Playlist benutze. Dass jetzt die Playlist an ist. Habe aber auch mit Fraps aufgenommen. Sogar 16 Minuten. Es hat erst nach 14 Minuten sogar angefangen zu ruckeln. Aber warum es jetzt schon wieder anfängt zu ruckeln? Kein Irrschen, mal wieder nichts sagen. Zu wenig Arbeitsspeicher wahrscheinlich. Und Schrottteil. So ein Schrott-PC, wie ich habe. Ist es ja normal. Den Predator werde ich mir auch mal holen. Also, richtig ausgesprochen wird. Da ist der Predator von Acer. Den Predator werde ich mir wahrscheinlich nichts holen. Dann haue ich da mal gerade mal. Nicht mit dem Holz, sondern mit dem Holz. Zwei Türen darin. Oh, das nervt immer voll. So. So. Die Burg muss ruhig da weg. Ich brauche sowieso noch ein paar Workbenchers. Sagen wir mal für... Machen wir hier... Hier könnte eine hinkommen. Kommt hier eine hin. Hier kommt eine hin. Das heißt, wir brauchen noch drei Stück. So. One, two, three, four. Und dann fehlt uns noch das. Dann können wir gleich mal diese halb... Teile bauen. Mal gleich mal so viel Holz, wie es nur geht. Und eher gesagt, so viel wie nur möglich. So. dann würden wir dort noch leute ausleuchten wird schon wieder nacht wir sind schnell mal abel war wieder ein geiler ruckler ich hasse diesen pc ich hasse ihn so sehr er fällt mir noch was ein haben wir ein fehl gebaut mal wieder dafür muss nämlich eigentlich so eine reihe wie diese reihe muss aus dem bürken braunstämmen sein weil es sieht jetzt etwas sehr kackt aus und jetzt habe ich schon wieder die kohle vergessen für die fackeln oder haben wir noch fackeln muss ich mal schauen eigentlich hatte ich vor für die folge jetzt in die höhle zu gehen aber ist er dann damit zu uns gelten gewollt denn ist da los nicht mal wieder nicht immer wird daraus nicht wenn er jetzt nicht noch kein vorbilder das war lustig dann würde ich diesen ausdruck machen und das bonnet man so natürlich nicht die musik ist voll episch epic extreme to eigentlich völlig falsch los gut kommt hier ne kiste hier ne kiste und ich hab mal wieder kein holz die jahre durch ja also der bomben darf natürlich nicht so sein weil kredo mit lohn meint jetzt den sound oder ich hab den irgendwann mal am anfang der letzte reihe abgewählt und dann stand das aber erstmal bei euch sowieso außen das innen einrichtung kommt noch nächste folge dann wollen wir das komplett aus dann ist es endlich fertig dann wollen wir heute noch dort fertig das müssen wir auch noch zugraubt bauen bräuchten sie in der treppe schon mal so dann sind wir auch schon gleich wieder beim ende der folge angekommen nach wie schnell das immer geht okay fail muss ich sowieso noch da hoho ein ruckler ich muss sagen dieser pc ist kack mehr nicht ich habe nur noch kacke b b b b Ach, war ja klein. Halt her! So. Und so. Und dann war es das auch schon für die Folge. Au. Ich hole noch schnell das Holz. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Let's Play Minecraft wieder.